Ich bin jetzt eingewiesen und da, in den Kahn. Da ist auch so ein Löffel, da steckst du das hin. Oh, das sind die Forscher. Wie sieht nach Forscher aus? Wollt ihr jetzt mal forschen? Na ja, sie können ja mal gucken. Wir haben da vorne so kleine Wassertiere, da sind die anderen kleinen Zwerge.